Hallo meine Lieben, Morgengrüße von der junandischen Volksfront, oder ist es die Volksfront von Junanda? Brian ist unter uns, ja, ich werde nie wieder das Kreuz normal deuten können. Ei, 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 ei. Ja, was will man machen, gell? Also ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Tagesenergie. Ich freue mich, dass ihr, also zumindest in großen Teilen, hier den gleichen Humor habt, genau wie ich, ne? Das ist hier Weibsvolk unter uns. Ja, Mann! Okay, also heute haben wir einen Neumond und wir schauen mal, was dieser Tag uns bringt. Und ich will euch nur kurz sagen, ich habe den ganzen Morgen, also ich bin extra früh aufgestanden, ich habe Kommentare gelesen. Ihr seid so toll, ihr seid so toll. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure liebevollen, wertschätzenden, lustigen Kommentare. Ihr seid echt spitze. Ja, passt auf. Die Engel und Ahnen, Kyle Gray, die geben uns jetzt erstmal eine Top-Überschrift für diesen Neumond am hochheiligen Donnerstag. Heute gibt es dann auch noch eine Dorfkneipe, auf die bin ich ja jetzt schon gespannt. Hat sich doch eine Immobilienmaklerin gemeldet. Wegen Siggi, aber dazu später mehr. Der Gute kann sich vor Angeboten kaum retten, das kann ich euch jetzt schon fragen. So, oh, hier, oh, heute? Heute ist ein wichtiger Tag. Heute am Neumond, oh, hier hat sich noch einer aufgedrängt. Heute am Neumond dürfen wir uns im Kollektiv eine Übersicht verschaffen. Den Adlerflug machen, die Dinge von oben betrachten, das heißt mit Abstand. Wie oft ist es so, dass man in eine Situation reingezogen ist, rein, 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 ja, also in der Situation untergeht. Das kann passieren, wenn zum Beispiel aus Gefühlen, und da geht es jetzt nicht nur unbedingt um die Liebe, das kann alles, also ein Gefühl kann durch alles ausgelöst werden, dass man dann in eine Emotion gerät und plötzlich ist man nicht mehr bei einer Situation der Außenstehende, sondern man hängt mittendrin, obwohl es vielleicht gar nichts mit einem persönlich zu tun hat. Und der Adler erinnert uns halt daran, sich rauszuziehen und die Dinge von oben zu betrachten. Es gibt so einen schönen Spruch, der geht ungefähr so, vom Mond aus betrachtet ist eigentlich alles gar nicht mehr so schlimm. Und manchmal dürfen wir mit unserer Energie ganz einfach, ja, auf den Mond gehen. Das ist ein guter Punkt, ein guter Planet, um sich auszuruhen und von oben auf die klitzekleine Welt mit all ihren Problemen zu schauen. Probleme sind für dich, es sind Probleme, es sind ja keine Kontrableme. Und der Adler erinnert ganz einfach daran, und ja, ich erinnere daran, es ist natürlich hier eine Kollektivbotschaft, aber man lernt ja immer was draußen. Dann haben wir den Händler. Heute wird verhandelt, da schaut er. Wolle Rose kaufen? Also Händler, tausche Energie aus, um Fülle zu erschaffen. Heute geht es vielleicht auch darum, Kompromisse zu finden. Energie auszutauschen, Fülle erschaffen, das kann ja nur dann geschehen, wenn jeder was dazu gibt. Und es gilt heute darum, sich hier eine Klarheit, einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht darfst du auch erkennen, wo du der permanente Geber bist und wo nichts zurückkommt. Es geht aber heute um Ausgleich, etwas aushandeln. Die Energie will ausgetauscht werden, die darf beidseitig fließen. Nicht nur von dir weg, irgendwo hin, in eine Situation, zu einer Person, wie auch immer, sondern da darf ein Rückfluss sein. Es geht um Energieausgleich. Und Energieausgleich ist sogar verhandelbar. Hier, nimm dir ein Herz, schaut mal, wie der die Hand so hat. Nimm dir ein Herz und sag, was du wert bist. Spannend, oder? Es muss immer einen Rückfluss geben. Es darf nie einseitig sein. Das dürfen wir immer wieder lernen. Es ist also vor allen Dingen, also Menschen wie ich, ich gebe unglaublich gern. Und ich kann halt aber auch echt Energie raushauen. Und ich habe die auch schon oft, das hört sich jetzt blöd an, es ist ja nie falsch, wenn man aus dem Herzen gibt. Aber ich habe die schon oft, in Anführungsstrichen, an falscher Stelle investiert. Das passiert ganz einfach aus der Menschlichkeit heraus und aus einer Großherzigkeit. Man darf es aber feststellen und man kann sich einen guten Vorsatz nehmen, dass man sagt, beim nächsten Mal mache ich das anders. Da hobbelt der Hase in eine andere Richtung. Wobei ich niemals aufhören werde, freizugeben, weil ich es einfach gerne mache. Das muss ich jetzt mal ganz klar dazu sagen. So, da hätten wir das. Jetzt wollen wir erst mal gucken, was der Tarot dazu sagt. Dann nehmen wir den Mucha-Tarot. Den finde ich wirklich immer besonders kraftvoll, gerade für die Tagesenergien. Deswegen nehme ich den so oft, weil ich den wirklich sehr, sehr passend und sehr direkt finde. Und nicht so verblümt und auch nicht so schwer. So, das hat ja jedes Dexter seine Aufgabe. Mucha-Tarot ist eine gute Tagesenergie. Eine gute Tagesenergie-Energie. So, ihr merkt, ich habe heute extrem gute Laune. Der Knödel ist auch da. Moin. Ihr seht ihn nicht. Er turnt in der Küche rum. Er hat sich hochgehübt. So. Was haben wir denn da? Oh, heute ist der da. Hier ist das Mutter Anna. Bin ich mal gespannt. Da hätte ich noch gern zwei. Heute darf tatsächlich was aufgelöst werden, transformiert werden, beendet werden. Wir gucken aber gleich noch, in welche Richtung das geht. Der Reihe nach. Ach ja, hier. Das ist voll gut. Voll gut. Es fängt an mit dem Tod. Finde ich sehr passend an, Neumond. Weil heute beginnt ein Neubeginn. Ich sehe jetzt den Tod. Nicht, dass etwas zu Ende geht, sondern dass etwas zu Ende ging. Du bist aus einer Energie rausgekommen oder du kannst das jetzt tun, indem du dich rausziehst mit dem Adler. Also etwas ist zu Ende, weil du nicht mehr in eine Situation schmerzhaft vielleicht involviert bist, sondern es gelingt dir, deine Flügel auszubreiten, den Adler zu machen und die Situation von weit, weit oben zu betrachten. Vielleicht vom Mond aus, ne? Wenn der Mond weit genug weg ist, nimm den Mond. Ansonsten kannst du ruhig von noch weiter oben schauen. Und ich soll jetzt gerade mal sagen, deine Liebe ist nicht verhandelbar. Das kommt mir gerade so rein, für die, die auf die Liebe schauen. Deine Liebe ist nicht verhandelbar. Ansonsten geht es darum, fair zu sein. Ja, wo ist ein Ungleichgewicht? Wo bist du mehr im Geben und wo kommt nichts zurück? Fair darf man auch zu dir sein. Es geht nicht nur darum, dass du fair zu anderen bist, sondern wo darfst denn auch du fairer behandelt werden? Der Händler, der sagt, nimm dir ein Herz, steh zu dir. Tausche Energie aus, um Fülle zu erschaffen. Es muss ein Austausch da sein, weil sonst bist du irgendwann im Mangel. Und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, die du heute hast. Heute am Neumond wird alles auf Null gesetzt. Finde ich richtig gut, weil jetzt geht es folgendermaßen weiter. Der Stern. So, du hast nämlich jetzt eine neue Vision. Dein Weg geht weiter und du hast einen neuen Durchblick, eine völlig neue Klarheit. Eine Situation, die die ganze Zeit vielleicht für dich total vorwaschen war, die kann heute geklärt werden. Du musst allerdings was dazu tun. Zieh dich raus. Mach das ganz bewusst. Mach den Adler. Wenn du dich dafür entscheidest oder dazu entscheidest, wie der Schmetterling im Spinnennetz weiter zu zappeln, dann wirst du diese Tagesenergie nicht einlösen können. Also du musst halt auch energetisch auf einer Welle sein mit dieser Energie. Deine Seele muss bereit sein. Wenn deine Seele im Moment noch erfahren will, wie es ist, drin zu hängen und zu zappeln und zu kleben und in der Situation zu ersticken oder die Kontrolle absolut verloren zu haben. Wenn deine Seele das im Moment noch braucht, dann ist das auch richtig. Wenn du aber die ganze Zeit schon an einem Punkt stehst, wo dir nur der letzte Ruck fehlt, ist heute ein Neumond echt ein guter Tag, um neu anzufangen. Und jetzt kommt es mit dem Herrscher, in deine Selbstbeherrschung zu gehen. Selbstbeherrschung heißt nicht, eine Energie zurückzuhalten oder eine Kraft bei dir zu behalten. Nein. Selbstbeherrschung heißt, über dich zu herrschen, weil du bist dein Herrscher und jemandem oder einer Situation, die Kontrolle über dich hat, diese zu nehmen, weil der Einzige, der dich kontrollieren kann, darfst du sein. Selbstbeherrschung bedeutet, du hast die Kontrolle über dich und dein Leben und nichts und niemand anderes. Jesus, Mutter Anna, ich bin aber jetzt, ich habe aber jetzt auf Fahrt aufgenommen. Das ist so, ja, das soll ich heute auch so deutlich sagen. Zieh dich raus aus allem, was dich kontrolliert, was deine Gefühle kontrolliert, was dich in Emotionen absaufen lässt, wo du keine Kontrolle mehr hast. Heute hast du die Kraft, möglicherweise, wenn du am entsprechenden Punkt stehst, dich da komplett von frei zu machen. Der Adler ist der König der Lüfte. Wie habe ich es schön gesagt, nur der Kondor fliegt höher und du kannst auch den Kondor machen. Du sprichst ja ein Stück gegen, du kannst auch den Flugsaurier machen. Also je größer, desto besser, du kannst auch einen Drachenflug machen. Hauptsache, du hast große Flügel mit einer Mordsspannweide. So, so wird es nämlich gemacht. Du gehst in die Selbstbeherrschung zurück, weil du, du bist für dich verantwortlich und keiner, jetzt kommt es hier, keiner hat das Recht, dir das Zepter aus der Hand zu nehmen. Das kann nur dann geschehen, wenn du es zulässt, wenn du es dir wegnehmen lässt. Und wenn du deinen eigenen Raum besetzt, kann nichts, weder ein Mensch, noch eine Energie dich besetzen. Dann ist da nämlich ganz einfach kein Platz. Besetzungen, in Anführungsstrichen, sind nur dann möglich, wenn Raum dafür da ist. Hast du dich selbst besetzt, geht das gar nicht. Das ist eigentlich total logisch. Das Universum ist immer logisch. Da muss der Mensch erst mal mitkommen. Wie oft machen wir uns die Dinge selbst kompliziert? Energie ist logisch. Energie folgt immer nur Gesetzmäßigkeit. Immer. Und es hat immer was mit dir selbst zu tun. So, worum geht es hier genau? Build a Gravelry, Lenomo. Ach ja. Es ist schon wieder das Schiff gefallen. Kannst du euch sagen? Da brudelt Schipport auf dem großen, großen Ozean. Also ich empfinde uns ja gerade ganz massiv auf einer Reise. Ach ja. Und es ist wieder der Kompass mit dabei. Es ist wieder der Kompass mit dabei. Ich fasse es nicht. So, den mische ich jetzt gerade nochmal. Ich weiß nämlich nicht mehr die Reihenfolge. Sortiert euch. So, das soll es sein. Wir haben den Turm. Wir haben die Kommunikation mit den Vögeln. Wir haben den Park. Wir haben den Kompass und das Schiff. So, das bedeutet, das kann eine Distanz zu den Dingen sein. Den Turm bringe ich hier in dem Fall mit dem Adler zusammen. Betrachte die Dinge mit Abstand. Ganz klare Botschaft. Dann kann es sein, du dich rausgezogen hast, du bist in deiner Selbstbeherrschung, weil du bist der Herrscher über dich selbst, über dein eigenes Königreich. Wenn du die Dinge mit Abstand betrachtest, ist eine Kommunikation möglich. Die Vögel können auch ein Anruf oder ein Telefonat sein. Aber grundsätzlich stehen sie für Kommunikation. Die sind auch nervös. Also, es kann auch sein, dass heute irgendetwas passiert, was dir so ein bisschen kalte Füße macht, was dich so ein bisschen flatterhaft macht, nervös macht. Umso besser ist es, wenn du Abstand zu den Dingen hast. Also, umso wichtiger ist das. Es kann heute für den einen oder anderen um eine Öffnung gehen oder um ein Treffen. Der Park ist auch ein Date. Ein Treffen kann zustande kommen, kann geplant werden. Es kann über ein Treffen kommuniziert werden. Die Date-Wahrscheinlichkeit ist da. Es kann aber auch einfach nur sein, dass in einer Kommunikation sich jemand öffnet. Dieser jemand kannst auch du sein. Und jetzt ist es wichtig im Zusammenhang, dass du dich ganz klar ausrichtest, das Steuer in die Hand nimmst und du bist hier der Herrscher über dein Schiff. Du bist der Kapitän und du bestimmst, wo die Reise hingeht. Botschaft durch. Ruhle des Tages. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. So, Ruhle des Tages ist, ich hab sie, die Ansos. Du wirst hier geführt. Gott sitzt am Ruder und am Steuer. Du bist hier nicht allein. Du bist hier nicht allein. Du hast hier wirklich himmlische Hilfe an deiner Seite und du wirst geführt, jetzt genau das Richtige zu tun. Und die Ansos ist auch eine Kommunikationsruhne. Austausch durch Sprache ist auch der Vogel im Flug. Heute ist auch eine hohe Nachrichtenwahrscheinlichkeit, wenn du auf Nachricht wartest. Seh mal zu, was du draus machst. Wir hören uns später wieder in der Dorfkneipe. Bis dahin, ihr lieben, dicken Kuss. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer JunandaTV. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020